Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primter Magazin heute am 2. Advent. Ich mache schon mal die Kerze an, wenn dann das Feuerzeug funktioniert. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß. Immer wenn wir einen neuen Hafen anlaufen mit unseren Schiffen, ist es ein ganz, ganz besonderes Ereignis. Und wir probieren immer einen tollen Lektor an Bord zu haben, der uns alles erzählt über den Hafen, über die Stadt dahinter und über die Menschen, die in der Umgebung wohnen. Boos Hem war an Bord AIDA Bella, als sie zum ersten Mal einen neuen Hafen auf Kreta angelaufen sind. Gucken Sie mal hier. So Bella, heute ist es also soweit. Dein erstes Mal. Erst Anlauf. Sula Bay. Kreta. Griechenland. Du bist tatsächlich die allererste aus der AIDA-Flotte in dieser kleinen Bucht. Der erste Blick im Sonnenlicht. Ein ruhiger Morgen auf Kreta. Die weißen Berge. Eine große Kulisse für deinen großen Auftritt. Kreta. Die größte griechische Insel. Im wahrsten Sinne des Wortes sagenhaft. Zeus wurde hier geboren. Herakles ging hier an. Wir kennen ihn auch als Herkules. Prinz Teseus kämpfte hier gegen den Minotaurus, ein Ungeheuer halb Mensch, halb Stier. So viele Geschichten gibt es hier zu erzählen, so viel Geschichte gibt es zu entwickeln. Die Römer waren hier, die Achaba, die Venezia und die Osmanen und alle haben ihre Spuren hinterlassen. Und du, du bringst uns heute hin. Nun bist du hier. Vor den Toren von Kania. Es sind nur ein paar Kilometer bis dorthin. Wir sind die zweitgrößte Stadt der Insel. Und viele sagen, der schönsten Stadt auf Kreta. Kania war mal Kretas Hauptstadt. Und wir werden sie heute entdecken. Bei unserem allerersten Mal. Kreta. Insel der Götter. Insel der Sagen. Insel mit Vergangenheit. Klöster, Kirchen, Moscheen, Städte am Meer und kleine Dörfer in den Bergen. Menschen leben hier seit mehr als 5000 Jahren. Sie sind Bauern, Fischer, züchten Schafe oder Ziegen. Hier sind Mythen zu Hause von griechischen Göttern. Hier sind die ältesten Siedlungen Europas, die immer noch bewohnt sind. Es gibt viel zu entdecken bei deinem ersten Besuch hier im Nordwesten von Kreta. Bellamia. Du bist eine, die Herzen erobert. Schon beim ersten Anlauf. Und die Erinnerung daran, die trägst du mit auf die Weltmeere. Dort, wo das Lächeln zu Hause ist. Die Erinnerung an dein erstes Mal. Das allererste Mal, das man nie vergisst. Die Erinnerungsplakette wird ihren Platz bekommen. Dort, wo die anderen hängen. Direkt bei der Brücke. Und dort wird sie uns erinnern an diesen Moment. Diesen Moment wie jetzt. An dieses allererste Mal. Der Moderator und Buchautor Hubertus Mayer-Burkhardt war an Bord der AIDA Prima. Und das hat ihm so gut gefallen, ich habe gestern noch mit ihm telefoniert, dass er, glaube ich, so ein bisschen zum AIDA-Fan geworden ist. Nicht zuletzt lag das an Stefan und seiner Primetime. Bitte schön. Sitzt man bei euch in der NDR Talkshow genauso bequem wie hier? Genauso unbequem. Also es ist, ich versuche, es ist so, das Problem ist ja, dass all diese Stühle auch in Talkshows von Designern gemacht werden. Meine Mutter pflegt immer zu sagen, schick, aber scheiße. Und es ist, man sitzt immer irgendwie zwei Stunden, also das muss man ertragen. Aber hier, wir kommen, wir sind ja fürs Publikum da und nicht für die Stühle. Alles, was in Deutschland Rang und Namen hatte und natürlich hat es bei solchen Folgen beim Traumschiff mit dabei, hast du jemals die Chance gehabt, selber mitzufahren bei solchen Produktionen? Warst du selber vor der Kamera? Nee, vor der Kamera nicht, um Gottes Willen, nein. Aber ich bin immer mal wieder mitgefahren. Das hat Wolfgang Rademann vom Vorsitzenden der Geschäftsführung auch erwartet, also dass man ihm diese Ehre erweist. Und wir haben die ganze südamerikanische Westküste abgefahren und wir waren in kleinen Orten, wo ich weiß, da komme ich in meinem Leben nie wieder hin, in Peru und in Bolivien und Panama und so. Das war sehr, sehr toll. Lieblingsort, Fragezeichen? Ja, Italien ist kein Land, Italien ist eine Liebe für mich. In Italien ist für mich Kunst, Kultur, Essen, Wein, Leute, Humor. Italien ist für mich das schönste Land der Welt. Gefällt dir meine Frisur nicht? Ich bin nicht so sicher, ob es eine Frisur ist oder eher ein Versehen. Hör auf zu klatschen, Werner! Stefan, ist dir aufgefallen, so herzlich war der Applaus noch nie heute Abend. Ich möchte gerne wissen, ob die Sendung live ausgestrahlt wird. Die Sendung läuft ja um 22 Uhr, für die, die nicht. Und wir zeichnen sie um 19 Uhr auf, bis 21 Uhr. Aber es wird nie etwas verändert, ginge auch gar nicht. Warum? Ich will es Ihnen auch nur sagen, warum. Also die Sendung ist drei Stunden alt, wenn Sie sie sehen. Warum? Weil es gibt den letzten ICE nach Berlin von Hamburg, der geht um Viertel vor zehn, um ein, zwei Minuten. Und die meisten Gäste kommen mittlerweile aus der Hauptstadt, aus Berlin. Und die kommen einfach viel lieber zu uns, wenn die ihren Ehefrauen oder Ehemännern oder Partnern sagen können, Liebelein, ich komme heute Abend wieder nach Hause. Vielen Dank. Offiziell bin ich gegen Nachspeisen, aber irgendwie wandern sie manchmal in meinen Mund und ich kann nichts dafür. Ehrlich? Ja. Es wird es wie folgt beantworten. Wenn ich mal sterbe, wird Haribo in Existenzprobleme kommen. Ich mache im Januar wieder so eine Abspeckgeschichte, kein Alkohol, kein Dings und dann komme ich wieder auf Normalmaß. Ich mache das jeden Januar. Das mache ich, wenn ich wieder nach Hause komme. Und das wird aber noch zehn Jahre dauern. Entschuldigung. Und weil wir gerade bei AIDA-Fans waren, hier habe ich noch einen für Sie. Tim Melzer. Er hat nicht nur eine wunderbare Kochschule bei uns an Bord AIDA Prima, sondern er war ja auch selber da. Gucken Sie mal, was der zu berichten hat. Bitte schön. Mein Eindruck von der AIDA Prima ist wirklich ein sehr positiver. Es ist natürlich ein gigantisch großes Schiff. Durch die Größe des Schiffes gibt es hier extrem viele abwechslungsreiche Möglichkeiten, den Tag zu verbringen. Und obwohl hier 4000 Menschen an Bord sind, sieht man sie nicht rund um die Uhr. Man hat auch hier das Gefühl von Privatsphäre und das mag ich sehr. Ich bin ja so ein kulinarischer Freigeist. Kühlschrank auf, gucken, was da ist. Gesamtschnippeln, Topp reinschmeißen, ein bisschen Wasser drauf und meistens wird da schon was Leckeres drauf. Ein Lieblingsrestaurant auf der AIDA Prima ist in der Tat das Buffalo Steakhouse. Ich esse einfach wahnsinnig gerne, sehr puristisch. So ein Restaurant muss man auch am Land erstmal suchen, dass man eins findet, was so eine gute Qualität liefert. Und deshalb bin ich hier besonders gerne. Mein Fels ist Fels hier. Oh. Wenn man den Kochkurs besucht hat, dann ist man noch kein Mini-Larver, aber man hat zumindest rudimentäre Kenntnisse bekommen. Und das Wissen, was man da hat, lässt sich vielseitig variieren und dann eben auch zu Hause anwenden. Also es ist nicht ein Vöhrlefanz-Kochkurs. Das ist schon, man nimmt da ein bisschen was mit. Einige nehmen auch nur einen Kater mit, weil da ein schönes Gläschen Wein von Zeit zu Zeit mal wird auch kredenzt. Aber es ist immer eine sehr schöne, gesellige und vor allen Dingen, ja, es ist atmosphärisch aber sehr, sehr schön. Der Unterschied bei Kochkursen für Erwachsenen oder für Kinder ist eigentlich, dass die Erwachsenen mehr an Rezepten interessiert sind. Und dass es bei den Kindern eher um die haptische Erfahrung geht. Also da geht es wirklich eher darum, so die ersten Schritte in der Küche zu machen, dass man dann eben wirklich sagt, probiert euch aus, seid experimentierfreudig, nutzt eure Sinne, riecht, schmeckt, fühlt, fasst Dinge an. Manchmal wirklich auch zum ersten Malen im Leben und dann wird durch sanfte Anleitungen, wird dann eben auch was sehr schmackhaftes draus gekocht. Ich glaube, AIDA Prima ist so Kreuzfahrt der nächsten Generation. Man hat wirklich das Gefühl, dass man hier in so einem Fünf-Sterne-Hotel Deluxe unterwegs ist. Es gibt fantastische Wellness-Oasen, es gibt großartige und vielseitige Restaurant-Essmöglichkeiten, tolle Bars, das Club-Unterhaltungsangebot ist großartig. Die Rückzugsorte, die Nischen, die man hier dann doch immer wieder findet, trotz der vielen Menschen, das macht eigentlich für mich die AIDA Prima aus. Das ist so für mich Kreuzfahrt der Zukunft. Und wenn auch Sie jetzt so richtig Lust bekommen haben, mit uns zu verreisen, mit oder ohne Prominente, dann wenden Sie sich an die Reisebüro oder gehen Sie auf www.aida.de. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Wohlfühlen auf AIDA, das bedeutet unterwegs zu sein. Zunächst vom Basishafen Dubai durch das Arabische Meer in den Hafen von Musket im Oman. Der nächste Hafen ist Abu Dhabi. Wir machen noch Halt in Baha'in, bevor es wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt Dubai geht. Meine Frau hat mir gerade einen schönen Becher warmen Kakao gebracht. In der Küche wartet der Kuchen und ich freue mich jetzt richtig Advent zu feiern. Ihnen wünsche ich ganz viel Spaß bei den Bildern der Woche. Bitteschön. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017